Nein, leider nicht. Was ihr wollet. Was ihr wollet. Wollet, wollet, wollet. Arschmitte volle, wolle. Volle wolle, Arschvolle. Joa, greif mal weiter an. Hm. Ich kann dich ja nicht direkt angreifen, der Herr. Ne, die Dame. Was ihr wollet. Noch ein Spottding, ey. Ja, hol die Karte dir auch noch. Na ja. Du musst. Du musst es tun. Mhm. Mhm. Das musst du auch tun. Ja. Einfach mal ein Spottmonster. Sicher doch. Ja, warum nicht. Arsch. Da kann mir eher weniger passieren mit. Ja. Aber jetzt bist du dran. Komm, du hast erst nur zwei Leben verloren. Hol jetzt mal bitte nicht rum. Weine nicht. Weine nicht, wenn der Regen fällt. Na. Ist nicht dein Ernst, oder? Ja, ist es. Na, was machen wir denn? Greifen wir jetzt wo? Ja, genau. Das machst du jetzt. Genau, so ist es richtig. Dankeschön. Und sagst du eigentlich Dankeschön, wenn ich dich angreifen. Darum. Ach so. Danke. Bekommt jetzt immer jeder, oder was? Jut. Wie krank ist das denn? Mhm. Zählt das wohl jetzt doppelt? Kann sein. Ich glaub ja. Gehst mir auch mal ein. Nö. Nö, 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 ich kann nix tun. Warum hast du eigentlich immer so viele Karten auf der Hand? Da hast du ja nicht irgendwie was... Ja, toll, danke. Bippe. Hast du meinen Sportmonster oder einfach meinen... Hast du die alte Trude auch noch? Hm. Willst du dich in eine Runde heilen oder so? Nütze ich für mich ja nicht. Ist klar. Na, bist du wohl ein artiger Mensch gewesen? Nö, nö. Nö, bei dir nicht. Mag dich ja nicht. Ich merk's. Wollen wir hier noch eine kurze Pause einlegen? Ja, können wir ruhig machen. Nö. 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 Nö, nö. 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 fügt dich doch nicht nein muss er sein diese karte ach ja hast aber recht kommt schon besser Arsch das war's das war's nein nicht bitte nicht komm mach's nicht was denn na schön ach ja 5er schaden, warum nicht alter ja alter, ja genau hol doch mehr Leute, wir sind ja hier in der Puppenshow ich hab noch ne Überraschung für dich ja ist klar aber deine kannst du ausschließt sagen ja der ist mir zu stark dieser Guru Pashi Berserker, alter, der ist der ist nicht schlecht, alter der ist wie warum rede ich eigentlich davon ich weiß das nicht kommt jetzt erst mal noch so neuner jähnen ist nicht möglich hier mhm ja die Mächte, die spüren wir nicht gegeneinander aus ne da ich weiß, dass du noch einen weiteren hast, ne mhm ja irgendwo am Deck ja auf zu lügen die ist wirklich irgendwo am Deck ja 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 ist klar ach ja ja wie soll ich den sonst heilen nein mein Männchen hat nur 30 deine Oma nein man ey manchmal klickt er auf die Karte und dann will er nicht naja der hätte eigentlich mit Doppelklick sein müssen so klack klack hm hätte ne hätte hätte Fahrradkette was ihr wolle was ihr wolle auch erst mal Spott rufen ist klar jep ja du mich auch ja na was ist es zwar ah nein irgendwas muss ich ja tüten tüten irgendwas muss ich tüten hier ein Tüten ein Tüten na komm hol das neuner Monster raus da na genau hm blöden Kackmagier wieder hier na ja den Spott den musst du wohl angreifen hm er ist nicht dein Ernst hier doch ist doch nicht wahr hm doch unglücklich unglücklich komm greif den an der kriegt jetzt Achterschaden das ist doch nicht dein Ernst ja ist halt so ich kann gar nichts machen ihr habt keine Karten mehr ey was Dingo ich denke ich den jetzt mal voll umgehe hier achja manchmal ne aber nur manchmal gibt es einen Achterschaden mhm aber nur manchmal aber nur manchmal äh bekommst du nur einen Achterschaden man hat echt keine Karten ne wirklich ach da muss jemand den Spott angreifen seh ich heheheheh ich auch oh Hexenmeister gegen Hexenmeister ist schon mies ja ja hast recht ja tu mich auch heilte auch noch warum nicht ach weißt du was warum nicht ja schon wieder versor weißt du was was wenn ich jetzt mit 30 Leben gewinne dann lache ich dich aus komm du musst was gegen tun ich hab noch volle 30 Leben ich kann da nix gegen tun wie du kannst nix machen das ist für dich dein Ernst ich kann wirklich nix machen ich gewinne jetzt mit 30 Gegen-Level noch ich hab keine Karten aber wir müssen den Sonnenbrunnen läutern ach so den den tu ich noch ein bisschen verstärken ja ich darf man vielleicht auch noch so machen ich krieg immer nur scheiß Karten echt und wenn ich dann die weißt du das jetzt passiert dann kriegst du die ja und dann kriegst du die Gegen-Karte und kannst du die gleich wieder vernichten du hast eigentlich die ganze Zeit Glück so von nachher die hat ja bereits angegriffen 30 mit 30 Lebenspunkten gewonnen nice 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 aber irgendwie hab ich ein Zielglück ey widerlich ja ich sag's doch widerliches Zielglück oh fast Level 3 erreicht göttlicher Wille verdoppelt das Leben eines äh Dieners alter überleg mal das Ding hat grad 12 gehabt ne ja ich weiß das verdoppel aber gut Leute wir machen dann hier mal ne kurze Pause aber nur ne kleine Pause tschüss tschüss das ist jetzt aber das ist das ist Vielen Dank.